den du da gefunden hast, oben in Norden. Mit der Hoffnung, dass er eventuell den Bauplan hat für den Erdbau. Okay, viel Glück, ne? Und unser hat keinen. Aber wir sind jetzt nicht bei Tag 33. Die Chance recht hoch, dass noch was geht in der Richtung. Hoffnung stirbt zuletzt auch manchmal, ne? Ja, ja, ja. Oh, der ist aber weit weg. Okay, wir sind jetzt alles noch hier. Dann mal so. Ja, gehen wir mal. So, Punktchen. Ach, jetzt, wo du es sagst. Da ist ein Geier. Ah, wie geht der? Oh, jetzt ist eine Straße. Was haben wir sonst denn noch? Okay, kostet zwei Punkte. Na ja. Ja, irgendwann wird es teurer. Da soll ich irgendeine Höhe die Suche gehen, ne? Ja. Da soll ich irgendeine Höhe die Suche gehen. Oh, es ist ein Pimpel, mirad. Das ist ein Pimpel, mirad. Das ist ein Pimpel. mein stream spieler denn was spiel der spieler um das sagt mir gerade jetzt hat man schon rot an warum er das macht was aber speicher voll vielleicht 30 30 nicht verstehe ich egal ob jetzt abgeschlossen reicht auch ich weiß aber nicht warum er das macht so nach 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 ungefähr drei stunden da fängt also manchmal ein bisschen rum ich habe ja auch gefunden woran liegt laut markierung muss der hinterher hier sein na so mein freund du hast jetzt genau das was ich suche und hat dann die tritt hatte auch 180 dollar wieder für ein ganz schön die trott ist hier auch also bei mir stamm ist doch noch mal bei mir ist gerade gestabelt jetzt bin ich gesagt auch gemacht abgekauft ich weiß nicht wann er neues kriegt 834 richtig neue sachen habe ich gerade bei unserem händler gesehen wie ein buch hier das gewusst hätte ich mir die fahrt sparen können das frische luft durch ich jetzt verbraucht er für die stücker das die traurig aber ich bin bestimmt interessantes ach ja eine wirklich große stadt ist das hier nicht auch Hey! Geige. Nein. Ah, schade. Soja eigentlich nicht. Von unten in Eisen rein, ne? Ach, diese Ausdauer. So, das müsste reichen. Oh, noch ne Heizung. Ja, das lohnt sich ja hier. Was ein herrliches Wetterchen. Ja, jetzt ist die Sonne da. Aber dann bescheuert das bei der Sprintanleg vorbei. Und springen und rausholen. Oh, die Minen, ne? Ja, und beim Polizist. Das ist nicht lustig. So. Das ist ein ordentliches Ende Eisen zu haben. Boah. Ach, sind die aggressiv? Baut man eigentlich mit einer Stahlpicke mehr ab? Ja. Klar. Wenn sie höherwertig ist, dann ja. Heizung. Ups. So, wo war das jetzt da oben? Nach 18 Uhr. Äh. Jetzt mal wegfahren müssen. Blödsinn. Lohnt sich nicht mehr. Lohnt sich nicht, nein. So. Na, Haus oder Heizung? Heizkörper. 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 Wo ist das? Oh, Tresor. Was bin ich hier drinne? Warte mal. Ähm. Warte mal. Ähm. Warte mal. Scheiße. Oh mein Gott. Ich glaube, um Nitrat brauchen wir uns keine Sorgen machen. Hier in der Bleimine habe ich jetzt auch Nitrat. Okay. Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Stahl. Ey, was ist ein Haus? Hier ist ein Art von Heizkörper hier drinne. Ja, das ist großartig. Alle mitnehmen. Ja, klar, ja. Warte mal. Oh, noch ein Tresor. Auch nicht. Irgendwie ist bei mir in den Tresoren echt nichts interessanter. Bisher. Mhm. Mhm. Es war hier eigentlich schwer. Aber das ist... Letzter Tresor. Hat schon eigentlich klebt man ein Teserband oder sowas mal abziehen? Hm? Ja. Hey, buddy. I hope you didn't let the dead follow you here. So. Und noch ein Tresor. Und noch ein Tresor. So. Was heißt denn? Oh, mein Tee ist kalt. Tee? Tee! Tee! Letzter Besuch und dann hake ich dieses Ding auf. Ach guck mal, du hast nicht genug Ausdauer. Nicht doch. Wieso das nur? Wie kann denn sowas eingehen? Schreib den mir so einfach da unten hin. Das ist doch nicht normal. Jetzt habe ich den Tresor zehn Dinge versammelt, dann habe ich ihn doch aufgehackt. Was ist drin? Gedämpfte Verbindungs-Mod. Das war alles. Bisschen wenig, wa? Lohnt sich ja mal richtig. Oh, das erste Zimmer, wo keine Heizung drin ist. 600 Meter in die Richtung, okay. Ach, da oben ist das. Oh, ich höre schon, da ist nur noch ein Politiker drin. Das geht nicht. Na gut. Ich wusste das, ich wusste das. Ich hab den Geier am Arsch. Na, da hattest du ein Fressen gern. Komm her, du Viech. Auch ein Heizkörper, jawoll. Dann können wir genauso noch ein bisschen Holz hacken. Wird auch gebraucht mit dem Holz. Genau. Ja. 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 Wie ist es denn? Ja. 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 was ist das? So. So. Ach ja, so ist das. Ja. Ähm. Geh auf, geh auf, geh auf. Achtung. Hast du Erdschuss gemacht? Ja, mir hat bald auf deinen Kopf gefallen. Ah, ich hab nen Helm raus. So. Ich muss wieder raus. Hä, wo die denn ausfallen? Da mach ich mir einen. Ja. 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 So mit rein, mir ist klar. Das wird zeitlich eng. Das Lichtschalter. Nehmen wir noch mit strom und hier in der Sturm. Ja. Wie steht das hin? Ach, scheiße. Ja, fahr mal ein bisschen schneller. Hm? So, bist du noch ein Stückchen weg? Ja, eben. Zu Fuß würde ich mir jetzt ernsthaft Sorgen machen, aber so mit dem Motorrad. Ja. Okay. Das ist UNO. Spreise Ende. Ja. Dann kräftet ein. Ja. Keine Ahnung, dass das Ding geht. Da bin ich mal gespannt. Ja, hast du diese Ballermann gemacht? Ja. So. 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 Ach du lieber Gott. Okay. So. Ach du lieber Gott. Was denn? Ich bin hier gerade an so einem Haus vorbeigefahren und auf einmal kam hier so eine Klippe. Dann bin ich hier bitterbös runtergefallen, dass ich hier fast tot war. Ich habe aber jetzt eine schnelle Tablette genommen und jetzt versuche ich noch nach Hause zu kommen. Oh, ich muss fast... Es wird eng. Was haben wir da noch? Da haben wir noch einen Daumen. 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 Stecklich zu. Essen, 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 Essen. Trinken. Gut, dann bin ich auch gespannt, wie das Teil funktioniert und ob das überhaupt funktioniert. Gut, wird man merken, der Erste, der nicht so schrägt. Ja. Mhm. Oh! Untertitelung. BR 2018